Hans-Peter Uhl von der CSU behauptet Neben so anmaßenden Einrichtungen wie Abgeordnetenwatch soll es jetzt also noch eine Informations- und Gesprächswatch geben. Ja, wir maßen uns an, für ein verbindliches Lobbyregister einzutreten, um die Prozesse der politischen Entscheidungsfindung transparent werden zu lassen. Lobbyistinnen und Lobbyisten, die im Auftrag von Großkonzernen geheimer Absprachen mit Politikerinnen und Politikern treffen, gefährden unsere Demokratie. Unterstützen Sie unsere Forderung nach einem verpflichtenden Lobbyregister und unterzeichnen Sie noch heute unsere Petition Schluss mit geheimem Lobbyismus auf Abgeordnetenwatch.de